Hi Leute, herzlich willkommen hier wieder bei Outlet46.de. Heute sind wir kurz zu dritt. Einmal Janine, einmal Baileys und meine Wenigkeit. Wir möchten euch heute wieder die Deals des Tages präsentieren und die kleine Baileys ist wieder aus dem Urlaub zurück und unterstützt uns tatkräftig. Und Janine möchte dann heute mal anfangen und Baileys muss jetzt weiterhauen. Ok, ich fahre jetzt einfach mal an mit was für den Winter und für Damen. Wir haben hier ein Dreierpaar Kuschelsocken, also das sind so eine richtige Dichensocken. Ich halte das hier mal in die Kamera rein, in drei verschiedenen Mustern, sag ich mal. Ihr bekommt hier einen Dreierpack und das kriegt ihr für 4,99 statt für 10,99. Das ist super günstig. Gerade jetzt für den Winter ist das einfach noch perfekt. Ihr seht ja, es ist draußen eiskalt. Also bei uns liegt dicker Schnee hier in Goslar. Ja, und Julian macht dann auch gleich noch weiter. Apropos Schnee, dann haben wir hier noch einmal Winterhandschuhe von Lotto für 7,99 Euro in den Deals des Tages. Das sind alles Einheitsgrößen, also One-Size. Hier mit der Tinsulate-Technologie. Das heißt, die Handschuhe sind zu 50% aus Wolle und wärmen auch genial. Der Einstieg dieser Socken, äh Socken sag ich schon. Der Handschuhe ist sehr weich und hält auch angenehm warm. Ja, und die ist es auf www.autet46.de. Und dann habe ich noch ein Artikel für den Winter. Und zwar sind das jetzt Winterboots von Black. Das sind so richtig dick gefütterte Winterstiefel. Die meisten Frauen stehen total drauf. Wir sind also immer noch im Trend. Das ist jetzt in dieser klassischen Frauenfarbe. Sind aus echten Leder gehalten. Sind sehr hochwertig verarbeitet. Das heißt, die gehen auch nicht so schnell kaputt. Die knicken nicht so schnell ab. Ich kann es hier noch reinhalten. Die sind richtig dick gefüttert. Also damit habt ihr definitiv keine Faltenfüße. Und die gibt es für uns, äh, bei uns für 42,99 statt 89,99. Die spart hier also auch schon wieder gut 40 Euro. Kann man mal machen, weil die kann man auch locker mehr als eine Liter Saison tragen. Ja, jetzt kommen wir hier in die Abteilung Adidas. Da haben wir für Herren und Herren Schuhe, also ideale Schuhgrößen. Das kann man Adidas Neo. Hier haben wir einmal dieses Modell hier in Schwarz mit, ähm, anfassungsfähigem Synthetik-Obermaterial, sowie auch Innenmaterial. Hat hier eine Zuglasche an der Ferse und ist mit einem Fischredmuster an der Außensohle ausgestattet. Gibt es bei uns für 37,99 Euro und die berühmten drei Streifen sind zusätzlich noch perforiert. Das heißt, dieser Schuh ist zugleich auch atmungsaktiv. Hat ein schlichtes Design. Ist daher ideal kombinierbar für Damen als auch für Herren. Bevor ich hier weiterfache, ich wollte nochmal sagen, also für die, die alle zuschauen, wenn ihr Fragen habt, postet ihr einfach drunter. Ihr könnt das sehen, weil unsere Kamerafrau Karo uns hier dann vorliegt. Also wenn ihr Fragen habt, einfach hinterfragen. Das ist jetzt quasi so ein Strickoberteil von Vivance Collection. Das ist jetzt in weiß gehalten und ist mit so glänzenden Pailletten durchzogen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier kennen könnt. Das ist einmal hier. Das hat hier vorne so ein Roteilsausschnitt. Also es hat kurze Ärmel. Das heißt, ihr könnt das auch über eine Beluse ziehen zum Beispiel. Oder wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, kann man es auch so tragen. Hier hinten der Rücken ist nochmal mit so Spitze gearbeitet. Also liebt sich auch nochmal richtig schön hervor. Und es ist außerdem hinten ein bisschen länger als vorne. Also ein leichter Fokuhila-Schlicht kann man sagen beim Pullover. Und das gibt es bei uns für 7,99 statt 49,99. Das ist also auch wieder ein richtiger Schnapper. Ja, du willst dann auch noch was? Ja. Wir sind hier einmal bei Clarks. Das heißt, wir haben hier elegante Schuhe für euch heute im Dienst des Tages. Und zwar hätten wir hier einmal dieses Modell von Clarks. Ein echtiger Schnürschuh mit einer offenen T-Schnürung. Sehr elegant gestaltet. Auch sehr gut vernäht. Das heißt, ein optimaler Halt. Und hier haben wir natürlich auch eine Ortholite Innensohle. Das heißt, dieser Schuh ist atmungsaktiv. Hat ein Innenmaterial aus Synthetik und Textil. Passt sich auch ideal dem Fuß an. Und hält auch angenehm warm. Auch zur kalten Jahreszeit ideal geeignet für sämtliche Handles. Aber vor allen Dingen für Businessleute oder halt auch für einen schicken Abend auf einer Hochzeit. Gibt es bei uns für 49,99 Euro. Hatte ich jetzt ganz vergessen. Einfach mal reinschauen. Ja. Okay. Das ist der letzte Aktiv heute auf der Datenkategorie. Und zwar ist das jetzt wahrscheinlich mehr für den Frühling oder für den kommenden Sommer oder wenn man jetzt abends auf einer Party vielleicht eingeladen ist. Das ist jetzt ein Kleid von AOC. Das ist jetzt ein rotes Pflanzenkleid. Das ist sehr tangiert geschnitten. Die Slimfit an. Das ist so ein richtig weicher Jersey-Stock. Ist also auch gleichzeitig trotzdem super bequem. Mit einer Stromhose kann man jetzt auch im Winter tragen mit ein paar Boots und Cardigan drüber. Man kann sich aber auch das ganze Jahr in den Schrank hängen und eben zu gegebenen Anlässen anziehen. Das gibt es bei uns für 9,99 Euro statt 51,99. Ihr spart ja auch wieder gut 42 Euro. Da kann man echt nichts falsch machen. Und ich glaube jetzt kommen wir noch mit dem Highlight unseres Tages. Ja, falls ich das alles noch nicht witzig bin war, hätten wir hier diese Arbeitshose von Thristats Kansas. Das ist eine sehr hochwertig verarbeitete Arbeitshose. Haben wir in sämtlichen Größen. Da haben wir auch in großen Größen oder auch für schlanke Leute, die etwas längere Beine haben. Standardmäßig zu verschließen mit einem Reißverschluss und mit einem Knopfverschluss. Jetzt haben wir hier zwei Außentaschen und zwei Gesäßtaschen mit zusätzlichem Knopfverschluss. Diese Hose gibt es bei uns für 0 Euro. Das heißt, ihr spart ihr auch 100 Prozent. Für heute gibt es diese Hose in den Dienst des Tages. Also wenn ihr noch zuschlagen wollt, gibt es diese Hose gratis oben drauf. Ja, ich glaube die ersten 200 Bestellungen kriegen die. Also die ersten 200 Bestellungen kriegen die Hose gratis dazu. Das heißt, wenn ihr auch euren Mindestbescherwert von 19 Euro bekommen seid, packt die Hose einfach dazu, wenn ihr die gebrauchen könnt und ihr bekommt die gratis mitgeschenkt. Ja, alles klar. Wenn du nichts mehr hast, dann verabschieden wir uns heute und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder.